Hallo ihr Lieben, Willkommen bei Daisy Epoch mit den alten Herren und Donnie. Halli, hallo. Hi, hi. Ja. So, abgeschlossen. Gut abgeschlossen. So. Bindest du die Schuhe oder was? Gucken wir mal das Stemmeisen. Achso. Und ich glaub's denn das hier, dass beim Frapster Spiel auch gerade in die Brüche geht. Bei mir auch. Ich nehm auch mit Frapster auf und das geht gerade echt runter. Unglaublich. Ich möchte gerne wieder eine andere Grafikkarte haben. Das liegt nicht an der Grafikkarte. So. Wir sind unterwegs und wir wollen hier vorne dieses schöne Erz abbauen. Schlagen wir jetzt drauf oder schießen wir drauf? Wir schlagen. Gut. Action. Wir sehen wie lange wir brauchen. Nicht lange, denk ich mal. Wir sind ja zu drück. Also wir schießen extra gerade nicht, weil wir nicht auf uns Aufmerksam machen wollen. Wer die Markierung da auf meinem Monitor sieht, 693 Meter bis zur Mission. Und wir sind mir ziemlich sicher, dass da die Leute vom RBC die drei hier sind, weil die ständig sterben. Und ähm, ich hab da keine persönliche Erfahrung mit den Leuten, aber ich hab's öfter mal gesehen, dass sie abgeschossen werden von anderen. Ähm. Oh, das ging schnell. Wir sind wahrscheinlich nicht friendly. Oh. Ach. 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 also das brecher sind wieder aus der Hand nehmen. Sonst geht's nicht. So. Ich hab's. Moment. Ich hab's. Ich bin noch gar nicht so weit mein Freund. Ich hab's. Ich hab's. Nee, nee, ich hab's nicht. Du musst das wieder in Toolbild stecken, ne? Das war ja aber halt. Gut. Ah, jetzt hab ich's. Und los. So. Viel Glück. Ja, viel Glück. Ja. Drückt die Daumen, drückt die Daumen. Ne, die drücke ich nicht. Den brauch ich zum Push-to-Talk drücken. Wenn's ein Emerald wird, bekommst du den Onkel Bob. Ach ja. Cool. Ja, ich krieg's dann auch zwei Briefcase von mir. So, ich habe nix. Ich baue noch einmal abbauen. Und ich habe? Ich habe ein Heli. Oh, ich seh was lilanes. Ich hab gar nix. Irgendwer hat einen Edelstein. Ich hab auch kein Heli. Dann lass uns mal hinschleichen. Kann auch nicht mehr. Kann der Verstärkungs-Heli sein. So, aber in welche Richtung müssen wir denn? Doch, ich hab nen Heli. Ich hab definitiv nen Heli. Dann ist das die Merlin, die Verstärkung schickt. Ach, da unten müssen wir hin. So. Also ich sehe schon, nach dem Wald ist die Sicht ziemlich klar. Müssen wir nur erstmal den Wald verlassen. Und bestimmt irgendwo Jason. 3 ABC ist das schlimm genug. Jason, Freddy und? Hier gibt's noch. Michael Mayer. Lieber Michael Mayer. Wurdest du den Wald überhaupt nicht sehen. Interessant, ja. Okay, ich seh die Stadt. Links von mir. Schön. Immerhin Donny. Okay, KI's Leben, oder? Moment. Oh, da steht einer an M2. Direkt an einem verdammten Hügel. Wo ist meine DMR? In der anderen Position hätten die sich gar nicht aussuchen können. Die eine M2, ja. Geh mal ein bisschen rum. Die Stadt kann man auch vergessen. Weil das direkt an einem scheiß Hügel ist. Oh ja, da hinten sind sie. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, da sind welche tot. Ja, da sind echt welche. Ich knall einfach mal den an der M2 ab Sekunde. Oh, da sind zwei M2s. Welche siehst du? Du musst die. Die bei dem Tanklaster oder bei dem Cargo Truck? Ich hab eigentlich eher die beim Cargo Truck. Okay, dann nehm ich die beim Tanklaster. Aber die am Cargo Truck, die ist leer. Also die ist unbesetzt. Ne, ne, ne. Da ist noch eine besetzte. Ne, ach da unten ist noch eine. Ich hab die am Berghang. Die kommen zu uns. Hast du sie? Hast du sie? Ich schieß jetzt einfach mal. Wir müssen uns beeilen. Die KI kommt. Okay, meine zwei ist down. Ja, auch down. So, jetzt die KIs abknallen, wenn ihr sie seht. Hast du noch welche? Da sind voll viele Richtung Stadt gelaufen. Oh, da. Zombies. Achtung, die kommen aus der linken Richtung jetzt. Die kommen durch den Wald. Äh, durch den Wald, durch die Baum-Siedlung da. Aber jetzt seh ich genau keinen mehr durch die Bäume. Ich seh gar keinen. Da ging grad ein Schuss bei mir vorbei. Ja, bei mir auch. Wo seid ihr? Sehen hinter Donny im Wald. Und lauf jetzt gleich hinter dir vorbei. Ich seh leider niemanden mehr. Und haltet bitte die Augen offen nach den RPC Leuten. Boah, ihr habt das Gefühl, dass die RPC noch mal geschossen haben. Nein, dann wär's jetzt wahrscheinlich tot. Die hätten noch mal geschossen und noch mal. Wer hat denn da einen Zombie hinter mir erwischt? Könnte ich gewesen sein. Ich hab mich grad dran erschossen. Ich weiß leider nicht, wo ihr seid. Ich bin direkt hinter dir. Was ist hinter mir? Ah, hi. Da bin ich hingelaufen. Weil da hinten ein Schuss kam. Vielleicht musste ich mich erst mal gerade wegbewegen. Aber irgendwie bitte irgendwo in Deckung. Lauf nicht ja nur ein Zickzack. Ja, keine Hektik. Irgendwer hat links von mir geschossen. Donny, warst du das? Nein, ich bin rechts von euch. Links von dir? Ich habe links einen Schuss gehört, ja. Aus dem Wald. Du gerade? Ja, da sind einige Bots hingelaufen, also. Ich schleiche mal hin. Ich hab auch von gerade Ausschüsse gehört, also. Oh, im Wald. Also der Farbwechsel irritiert mich total. Weil mein sonniges Gebiet guckt, wird es dunkel. Wenn mein Schatten guckt, wird es heller. Oh, direkt ein Schuss hier bei mir eingeschlagen. Also im Wald sehe ich jetzt so keinen. Wer schießt da gerade? Ich, auf die Zombies, die auf mich zukommen, ja. Oh. Oh. Oh, ich bin in der Tanne. Hör auf. Unter welcher Tanne? Das sind Bots, die schießen von dem Hoster. Ich bin auf meine alte Position, etwas weiter rechts. Oh. Verdammt ey. Okay. Okay, den Einschlag hab ich gehört. Er war im ganzen Mal in der Nähe. Ja. Direkt vor mir am Baum. Da hinten. Einer. Hinterm Haus? Ne, noch nicht. Ich hab da die Siedlung leider nicht im Hintergrund. Jo, einer ist wieder weg. Okay, ich sehe einen. Da unten steht einer. Weg. Hab einen. Irgendwo anders. Wow, das war knapp. Ja, glaube ich. Oh. Ich frag mich, wo die RPCs sind. Die warten wahrscheinlich, bis wir da zur Loot-Crate laufen. Ja. Oh, da ist noch einer. Unter den Bäumen. Ich hab grad keine Schusslinie. Da ist auch noch einer. Also ich krieche hier grad von Baum zu Baum. Knallt mich. Ich bin ja mit Large Gunback, ne. Bots haben keinen Rucksack. Die sind ja blau gekleidet. Wir sind nicht blau gekleidet. Ich bin halb blau. Ich hab Survivor-Skin. So, wieder einer weniger. Ich hab auch gerade neun erwischt. Das war die PKP. Das war Bob. Ja. Sört man. Gut, dass man das wenigstens hört, weil bei euch hab ich keine Ahnung, ob ihr ein Bot seid oder nicht. Ich schaue eine Ziege an. Ja, natürlich. Ja, sie geht weg. Sie hat den Tod in deinen Augen gesehen und ist einfach abgehauen. Ja, die hat aber mich wirklich ziegelrecht durch die schönen Bäume angeschaut. Ich sehe echt keinen Bot mehr zu hier. Oh, ich bin tot. Ich hab nur Flupp gehört und das war's. Fuck. Ach. Von wo? Keine Ahnung. Okay. Ich hab das Gefühl, das könnte ein RPCer gewesen sein. Ich war 300 irgendwas Meter dran. Ich hab schon einen Camper, weil das ist ein Camper. Bist du, hä? Du warst so... Ach, du bist vorgelaufen? Vorgekrochen. Durch den Wald gekrochen oder über die Wiese? Durch den Wald natürlich. Also über die Wiese. Weiß ja nie, dann würde ich... Oh Mist, wir sind gar nicht im Aufzeichnungs-Channel. Frage von wo das kam. Tja, kann ich dir leider nicht sagen. Ich auch nicht. Oh, dauert das ewig bis man hier connectet und ich kann es nicht wegschneiden. Wecklich, oder? Ja. Also gerade herauszufinden, wo genau du gestorben bist. Also ich bin links rum durch den Wald. Ach der Waldrand. Ich bin dran, also nicht mehr nicht, also richtig in den Wald rein. Ich kann eher an der Baumgrenze. Ich muss ja auch was sehen, ne? Baumgrenze. So. Warum starten wir immer oben links in der Ecke, wenn man die Karte aufmacht? Oh, vielleicht ein vorgegebener Skript. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir gelandet sind. Irgendwie oben. Ah, ich glaube ich bin hier irgendwo gestorben. 2,1 Kilometer. Wunderbar. Ja. Leute, wir kommen zum Fahrrad im Mountainbike Simulator 2014. Mit 61 Sachen bergab und ich überfahre den Hund jetzt mit dem Fahrrad. Ne, warte, dann geht es wahrscheinlich kaputt. Ja, fahr nicht vor Bäumen, das ist ganz tödlich. Wenn du Pech hast, ist es noch ein Hero-Hund und du verlierst saumäßig übernicht. Ja. Ja, Sony, siehst du irgendwo was? Nicht wirklich. Ich taste mich hier, ich hab grad was schießen gehört. Die APC sind auch noch da, ne? Das ist eine DMR. Ja. Hab ich auch gehört. Ich laufe jetzt rechts durch den Wald. Das heißt, Wald kann man es gar nicht nennen. Waldzunge vielleicht. Oh. Ja. Und wo? Und wo? Muss direkt bei mir in der Nähe gewesen sein. Ich vermute mal, das sind keine Bots. Jo, dann gibt's jetzt zwei APC's, die sind Bandits. Wo genau standest du, Donny? Äh, ich bin ein kleines Stück nach links in den Wald. Wir werden es gleich sehen, wenn der leicht gelootet ist, war es ein APC. Wenn nicht, war es ein Bot. Wir können sich jetzt über eine Bell freuen. Bei den Atombunker. Atombunker brauchst du, wenn du das Ding fliegst. Ja. Mein Spiel hakt die ganze Zeit. Das sieht ekelhaft aus. Was weiß ich, ich fahre jetzt einfach mal direkt zum Konvoi, schnapp mal einen der Trucks dort und fahre dann alle Bots tot. Was haltet ihr denn davon? Ja. Mach das mal. Dann ist die Mission noch verschwunden. Also merkt euch, äh, 96, 87. Da ist er. Oder war er gleich. Ja. Boah. Ich verklimm gerade mal höhere Gefilde. So. Jetzt gibts Ärger. Donny, sauer. Jetzt Ärger. Donny, smash. Donny wird grün. Ich fahr mit meinem Radl. Hoch auf dem grünen Radl. Och komm hör auf. Kein Schlagerlieder. Auch nicht abgewandelt. Och Menno. Heute verboten. Awww.